Frankfurt hat den Ball. Und Clarence von Frankfurt. Das war mit der Not ein echtes Abspiel. Beide verworfen. Schauen wir mal, wie er diesmal die Aufgabe löst. Lief verrundet Beide. Er erfor waddelte Beide! Kortaj! 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 Handball! Da! Jetzt müssen die euch ein bisschen aufpassen. Hat er sich den Ball so schöner kämpft, Oldham. Die Frankfurter, die machen jetzt auch sehr, sehr viel über Clarence. Die Eugen schon 11 Assists und die Frankfurter nur. Und jetzt Jere Vucicca. Der nicht trifft. Was er sagt, er geht zum Korb. Ryan Butler hat nicht... Ah, den... Der Meister stießt er jetzt schon 20 Minuten auf dem Feld. Tolles Anspielen, muss man sagen. Defense, defense geht's durch die Halle, wenn die Frankfurter im Angriff sind. Defense, 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 defense! Oh, nein! so frei laufen lassen. Der Clarence ist auch noch da. Dennis Maven. Wieder zur Zwei-Punkte-Führung und das war Fouls von Brian Butler. Da braucht man nicht diskutieren. Ausgerechnet Clarence, da kommt jetzt die Freibürfe. Ja, ich habe so das Gefühl, dass jetzt die Frankfurter alles übrigen machen. Er hat einen Lauf. Er hat seine Freibürfe gewonnen, das Zweite mit 30 zu 23 verloren und das Dritte auch mit drei Punkten verloren. Und jetzt macht Clarence überhaupt nicht mehr viel Zeit. Aber clever gespielt. Nein! Die Zeit vor der Uhr nehmen, wollte ich sagen. Ah, Mensch, wie irre. Die machst du doch. Ah, der ist ja jetzt schon stark, der Junge. Eine Minute, zehn Sekunden noch zu spielen. Das bringen wir hoffentlich nach Hause. Da müsste jetzt schon viel passieren. Jawohl, kein Foul mehr.